Die Führung von dem Führung der Schicksal Auf unserer Turniersicht und den Eizurigen der DFB-Vorpomite! Ein Dreifuß! SESA in SESA! WLF! SESA in SESA! WLF! SESA in SESA! WLF! Schuss Tor! Schuss Tor! WLF! 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 WPUM! WLF! Geberla! Geberlo! Uh! Geberla! Geberle! Gehen wir laut, wir werden Florian Ziegler, Florian Ziegler, Florian Ziegler. Ein Nubelsieger, 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 Nubelsieger. Ein Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Das Weltgeldhaus und Österreich ist nebenBoyzwecher, Nubelsieger, Nubelsieger, Nubelsieger. 1.500 Euro Preisgeld und Sie sind mit dabei im Bundesmeisterprogramm im Portal. Wünschungslose Liebe, ich darf es auch mal sagen, dass Sie ein Glückwünscht, der TSV-78. Sie gibt es nicht! Ich bin jetzt zum Schluss bei der Hochzeit-Fraktion. Dann haben wir es jetzt so, dass alle beieinander sind. Und damit Gratulation, einmal Lohnen und einmal Wünschlein. Der deutsche Apern hat den Kölfer da auch vorsorglich. Sie wollen den Deckel runter, weil die Erlebnisse ist als Erster. Die Siegerwinkel haben wir natürlich auch. Und das Trainer-Team gerückt von Klau. Der Robert Wanker, der offizielle Siegerwinkel hat den Pokal für den 60. Kapitän. Auch das sind wunderschöne Treffer. In der 21. Minute haben Sie sich den Pokal heute gewöhnt. Und jetzt ist es soweit. Herzlichen Glückwünsch, 60 Grüntschen! Dein Grüntschen! George! анные Greensau! Jaäääääh! Da ist es denn. Wo aussi du das Roi! Ja! Hooray! Also, wir wünschen wir lösen, eine Mannschaft zu einem guten Haar-Serie.